Und jetzt wieder eine Kletterpartie. Bin ich mal gespannt. Sonst die Partie. Müssen die Dinger natürlich alle zerstören. Von der Decke zu fallen. Es waren irgendwelche eingesteinerte... Okay. Ah. Man kann auch noch rüber. Bevor ich hier weitergehe. Dann holen wir noch die Kästen. Mit einem Gorgonauge. Und hier noch rote Orbs. Ich glaube wir können langsam etwas Neues scannen. Wir brauchen... 8000 für die... Die Morgonröte ist nicht so geil. Ich finde die... Die Chaos Kling sind echt besser wenn wir die upgraden. Und wir brauchen... Chaos Kling... Stufe 4... Röchter Schaden. Toben der Furien. Toben der Furien in der Luft. haben es hast ausweichen halten was nächste verbesserung tartarus rage alles klar die schweren angriffe die sind ja geil das haben sie echt gut gemacht hier auch ne nein 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 das gibt's nicht weg mit der rollen da auch ne jetzt kommen noch zwei von denen nein und jetzt den kopf da geht es runter ok sollten wir uns mal anschauen glaube da geht es nirgendswohin nicht was relevant ist ich glaube ich habe was verpasst ist egal da unten ist was wir können nicht alles kriegen also nee nee jetzt nein nein das ist schon schwer genug 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 Schwein, stirbt Und jetzt kommt dein Auge raus BAM Ach nee Komm her jetzt Ach nee Ich sterb doch gleich Keine Chance Jawohl Das muss es doch jetzt gewesen sein Boah was abverlangt wird von dir Krass ey Boah krass ey 2000 Morgenröter Kommen wir graden jetzt einfach mal ab Dann eh nichts zu verlieren Zoneroption, Schnellfeuer Der Eifrit Der Eifrit ist ja richtig gut also Muss ich sagen So So Ne 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 Ich will keine Vögel haben Ich will jetzt endlich mal Ja die Orbs haben Sind ja keine Gegner für mich Aber Ich bin ja nicht zu viel Bin ich zu viel zu Ach ne Ach ne Ich bin ja nicht zu viel Ich bin ja nicht zu viel Ich bin ja nicht zu viel Da oben ist noch was Da oben ist noch was Wie komm ich da hoch Komme ich bestimmt hoch Boah ich will da hoch Warte mal da kann man hochklettern Oder Ne da kann man nicht hochklettern Hä Aber wie Die Kiste soll mich Oh Gott So Wenn ich jetzt hier rein jump Bin ich tot Brauch die Kiste Wie komm ich denn da hoch Hä Da komm ich doch gar nicht hoch Hier ist auch ne Mauer Hier komm ich auch nicht durch Was Ach so Ich hab mir schon gedacht Dass es hier Dass mit diesem Ding hier nicht was stimmt Ich sah schon so verdächtig aus Komm jetzt Komm jetzt Nimm Jawoll Komm Nimm dir Die Heilung Nice Aber zu was bringt mir das jetzt hier Ich komm ja trotzdem nicht weiter Ich komm ja trotzdem nicht weiter Ich glaube ich komm da Weiter indem ich Ah Ich glaube ich kann hier drauf springen Ne Ich kann ja nur hier drauf Ach da oben gehts weiter Achso Achso Weiß ich ja nicht Gut gemacht So Können wir auch herunter Weiß ich nicht Dann kann man einfach so runter jumpen Wie ein Wälder Ganz ehrlich Ich pack mir jetzt die Fatz Und dreht die einfach weg Und dreht die einfach weg Jawohl was das denn für eine Mechanik Und wir haben das Eingeworfen Können ja auch noch speichern Ah Hier ist noch eine Truhe Der hätte ich auch fast übersehen 4000 rote Orbs Ja wir wollen speichern Und zwar Machen wir einfach mal hier Machen wir einfach mal hier Die Asphodel Ruinen Auch interessant Ach ne Ich kann ja nur hier weiter oder Hä Hä Ach da gehts hoch Ach da gehts hoch Ah Ein Baum Ein sehr skurriler Baum Und eine Wiese Nein 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 Das war's für heute. 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 Ey, du kannst nicht ausweichen. Das war's für heute. Krass, ey. Ich glaub, das wird uns noch das Genick brechen. Äh, Kreistaste und so. Ja. Leider ist das Leben nicht so einfach. Das war's für heute.